Ja, hallo, herzlich willkommen zum nächsten Teil. Diesmal wollen wir uns anschauen, wie man hier diese Formen verändern kann. Man hat ja hier diese seitlichen Anfasser und wenn ich daran ziehe, dann kann ich das mit der Maus hier verändern. Ich kann auch hier dran ziehen. Dann kann ich es eigentlich nur noch in der horizontalen Linie verändern oder hier unten in der vertikalen. Und an den Ecken kann ich es halt über die beiden Achsen verschieben. Aber je nachdem, wie ich das mache, erhalte ich hier ein Rechteck oder wieder so ein Viereck. Aber so richtig genau kann ich hiermit kaum was verändern. Okay, das nehmen wir erstmal so hin. Und dann gibt es hier noch so einen Schalter. Wenn ich hier dran klicke, verändert sich auch mein Mauscursor. Und damit kann ich Objekte drehen. Und das ist auch so mit der Maus schwierig einzustellen. Aber wir lernen jetzt so ein paar Tasten kennen, mit denen das besser geht. Denn hier wieder genau auf 0 zu kommen, das ist schon Geduldsspiel. Und da hilft uns eine Taste, nämlich die Umschalttaste. Sobald wir die drücken und festhalten und jetzt mit der Maus hier drehen, dann seht ihr, können wir immer in 15 Grad Schritten das Objekt verstellen. Und damit sehr genau wieder auf den Nullpunkt kommen. Das ist schon mal super vorteilhaft. Und wenn wir vermeiden wollen, dass aus diesem Viereck ein Rechteck wird, weil wir hier oben nicht die richtigen Breiten- und Höhenverhältnisse einhalten, dann können wir hier auch die Umschalttaste gedrückt halten, einen dieser seitlichen Punkte anwählen. Und egal, wie wir die Maus jetzt bewegen, diese Fläche wird im gleichen Breiten- und Höhenverhältnis verändert. Und damit bleibt die Form erhalten. Das Viereck wird nur kleiner, aber es hat nicht so eine gestauchte Version angenommen. Wenn ich hier mal draufklicke, ihr seht, automatisch wechselt Affinity auf die Ebene von diesem Objekt, was ich gerade angeklickt habe. Und wenn ich das hier ohne die Umschalttaste mal an der Ecke vergrößere, dann seht ihr, hier muss ich die Umschalttaste nicht festhalten. Hier passiert das nicht. Hier wird also proportional vergrößert. Das ist also etwas merkwürdig. An manchen Stellen verhält sich das Programm ganz anders als an diesen Stellen. Man muss es einfach wissen, dass das hier Pinselebenen sind, die ein bisschen andere Eigenschaften haben und sich aber auch drehen lassen, alles das geht. Und hier kann ich die Umschalttaste wieder drücken. Aber wenn ich hier an der Seite klicke, dann muss ich nicht die Umschalttaste gedrückt halten, um das Höhen- und Breitenverhältnis einzuhalten. Während wenn ich das hier mache, ohne Umschalttaste, ja, passiert das. Und wenn ich die Umschalttaste festhalte, dann kommt dieses Breiten- und Höhenverhältnis wieder zum Vorschein. Ja, blöde Eigenschaften. Gerade für den Anfang, wenn man mit so einem Programm anfängt, wird man bei solchen Sachen wirklich wild. Weil wann war was? Aber macht euch da mal nicht verrückt. Wir lernen das Stück für Stück, wann wir was wie brauchen. Und es ist gar nicht so wichtig, dass wir das jetzt uns merken. Und jetzt uns merken, dass Pinsel eben sich anders verhalten als eben. Und wir werden das irgendwann sehen. Wir werden einfach merken, dass das nicht so sich verhält, wie wir das wollen. Und dann werden wir die Lösung auch uns erarbeiten. Also nicht verrückt machen lassen, das klappt schon alles nachher. Schön wäre ja auch, wenn wir jetzt an dieser Stelle sagen können, wir möchten eine bestimmte Breite von diesem Rechteck und eine bestimmte Höhe haben. Und dazu gibt es hier unten ein Transformieren-Feld. Habt ihr gesehen, ich habe jetzt hier hingeschaltet und wie so ein Zaubertrick ist die Schaltfläche verschwunden, die hier vorher war. Aber auch hier sind einfach solche Tabulatoren, mit denen man hier verschiedene Flächen anklicken kann. Und je nachdem, wie viele Funktionen dahinter stecken, klappt das Fenster weiter auf oder nicht so weit auf. Und hier klicke ich mal auf Transformieren. Hier steht nämlich tatsächlich, wie breit unser Objekt ist. 58,8 Millimeter. Das ist ja super. Das können wir hier eingeben. Und wir geben jetzt mal ein, dass es breit sein soll, 30 Millimeter. Und dann gebe ich die Höhe ein und sage 20 Millimeter hoch. Und wenn ich das eingebe, dann habe ich tatsächlich ein solches Objekt hier unten erzeugt, das genau dieser Größe entspricht. Und wir haben ja unser A4-Blatt und damit auch das Maß für dieses komplette Blatt hier. Und dieses Rechteck, was wir geschaffen haben, hat jetzt 30 mal 20 Millimeter. Damit können wir das hier also genau einstellen. Und wenn wir unser Objekt bewegen, dann seht ihr auch, verändern sich hier die X- und Y-Koordinaten. Das sind nämlich tatsächlich die Positionen, auf denen das Objekt sich befindet. Und zwar auf der X-Achse. Und das ist die hier von links nach rechts. Und der Y-Achse von oben nach unten. Und das können wir einschalten, so eine Art Lineal, mit Command-R. Sobald wir Command-R drücken, sehen wir hier oben diese Angaben. Seht ihr, hier oben sind die Millimeter. Und hier auch diese Millimeter in der Y-Achse. Und unser Objekt bewegt sich genau an dieser Stelle. Wir können also hier auch sagen, wir möchten das Objekt genau an 30 Millimeter auf der X-Achse und einer Höhe von 50 Millimeter auf der Y-Achse positionieren. Wer also was ganz genau auf einem A4-Blatt positionieren will, der kann so ein A4-Blatt nehmen und mit einem Lineal das ausmessen und die Werte hier übertragen und seine Objekte, die da erscheinen sollen, genau an die Stelle auch auf dem Blatt Papier setzen. Das kann man hier unten mit diesem Transformations-Tool machen. Und dann seht ihr hier auch, wenn ich hier mal wieder dran drehe, dann erscheint hier unten auch die Gradzahl. Da unten ist sie. Und die kann ich eben auch anklicken und hier 0 Grad eintippen. Und dann steht das Objekt wieder genau an der Stelle, wo wir es haben. Und dann bleibt hier noch ein komischer Punkt. Das ist nämlich die Neigung. Wenn ich hier mal 5 Grad einstelle, dann seht ihr, entsteht hier so ein Trapez. Jetzt, ich mache es mal deutlicher. Ich gebe hier mal 30 ein, dann sieht man es deutlich. Damit kann ich das Objekt also auch noch neigen und solche Verzerrung reinbauen. Lassen wir mal bei 0. Mehr wollen wir hier erstmal gar nicht machen. Gut, okay. Das behalten wir mal im Auge. Und jetzt müssen wir noch eine kleine Sache lernen. Denn wir konnten ja jetzt das Breiten- und Höhenformat komplett verändern. Aber jetzt stellt euch mal vor, wir wollen das Rechteck doppelt so groß machen. Da muss die Höhe auch doppelt so groß sein. Aber warum sollen wir es nicht den Computer berechnen lassen? Und im Moment seht ihr hier so eine komische Kette. Soll zumindest eine Kette darstellen. Und die ist hier durchtrennt. Das bedeutet, wir können die Breit unabhängig von der Höhe eingeben. Ich kann also jetzt hier eingeben, 130 mm breit. Die Höhe bleibt 20 mm. Command-Z nimmt den letzten Schritt zurück. Wir bleiben wieder bei den 30 mal 20. Wenn ich das Objekt also jetzt vergrößern will, dann will ich aus 30 60 machen. Und aus der Höhe machen wir aus 20 40 mm. Aber das können wir auch automatisch berechnen lassen, indem wir die Kette hier einschalten. Seht ihr, jetzt ist das Kettensymbol deutlich zu sehen. Und jetzt sind diese beiden Maßangaben miteinander verknüpft. Ich kann also hier oben jetzt hingehen und sagen 60 mm. Und automatisch rechnet der Computer aus, dass dann das Höhenverhältnis 40 mm sein soll. Ich kann aber auch hier sagen 80 mm hoch. Und gleichzeitig wird dann das Breitenverhältnis auf 120 geändert, weil wir eben dreimal so groß wurden wie am Anfang. Und das Tolle ist auch, ich kann hier auch schreiben 30 mm wieder. Dann wären es wieder 20 mm in der Höhe. Ihr merkt, die Proportionen bleiben erhalten. Und hier drin kann man rechnen. Ich kann auch sagen 30 mal 5. Mit Sternchen mal 5 kann ich das hier ausrechnen. Ist 150 mm. Und er rechnet automatisch das Höhenverhältnis aus. Also super gut, dass man hier unten drin rumrechnen kann und mit der Kette einschalten will, ob man das Breiten- und Höhenverhältnis erhalten lassen möchte oder abschalten möchte. Tolle Funktionen, wie ich finde, für so ein Grafikprogramm. Und wir sind erst am Anfang.